Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Begegnung am Himmel. Zwei unserer Freunde treffen sich, oder treffen einander. Der haut gewaltig was raus. Schaut euch das bitte an, was der rausschmeißt. Und hier unterhalb ebenfalls einer, der in die Gegenrichtung fliegt. Wo ist er? Dort ist er. Aber egal, gegen die Sonne ist leider unmöglich. Ich kann es hier nochmal probieren. Und hier unterhalb sieht man schon, wie das CO2 ausflockt. Also, ganz normale Phänomene, vollkommen normal. Alles ganz, ganz natürlich. Ganz natürlich. Ganz natürlich. Ganz normale Phänomene. Vollkommen normal. Das ist die Schlangenlinienwolke. Alles. Ganz natürlich. Na gut, Ende.